Sagt dir deutsche Memes und sowas, hast du schon mal generell so Reaction und sowas schon mal gemacht? Ich bin ganz schlecht darin. Echt, jetzt? Ja, Luca und ich machen immer nicht lachen Challenge, ich verkack jedes Mal. Okay, wir versuchen das jetzt mal, okay? Ich würde sagen, Sandra, bist du ready? Ja, ja. Okay, jetzt wird nicht gelacht, ab jetzt, okay? Let's go. Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Ich kann's nicht, ich kann's nicht, Revi. Bro. Bro, also, wir fangen ganz, ganz ruhig hier an. Du drehst mit der Klamotten oder was? Was ist mit der da? Oh, die ist neu. Hey, die ist hübsch. Ist ein Kerl. Ich betäube meine Sünde. Sünde! Ist eigentlich das Fleisch dort auch, ähm, Hamam geschlachtet? Ob das Fleisch Hamam geschlachtet ist? Es heißt Hilal. Wie ist das das? Hamam. Hamam. Mama, hast du doch gemacht? Dass die ausbluten oder was? Was? Hello? Sagen wir jetzt du? Ja. Haben sie Alkohol getrunken? Ja. Ja, genau so ist es jedes Mal. Perfekt, Digga. Perfekt. Das ist mein Lieblingsbeschäftig, nur das mache ich vom Haus bis abends. Dumme! Bruder! Jetzt regst du es langsam auf. Ich habe alles noch toleriert. Dieses ultra grottenschlechte Schauspiel. Dieses nicht einblenden von einem Bild. Diese Mühelosigkeit. Wie der Lehrer mein Referat unterbricht vor allen Dingen, Digga. Ich habe es alles erduldet. Imagine, Lehrer, ist so. Leute, mach mal diesen Gottverdammten Arme in der Zickzack Halbtrain voll. Ich habe es mir angeguckt, ja? Sieben Minuten lang laberst du zwei Minuten dazwischen irgendeinen Belang. Alter, ich kriege so einen Hals. Ja, ich glaube, es ist schon im Moment nicht so. Real talk, es ist wirklich so. Gestern einfach gestern da, wo wir Dings waren in der Schule. Genau das war. Ja, genau so war es. Du bist ja auch Bratan, ne? Ja. Ruf deine Mutter auch so? Ja. Essen! Essen! Sandra! Mein Mathelehrer hätte jetzt gesagt, den ganzen Weg nach Hause geschafft, aber vor der Haustür in die Hose geschissen. Bro, keine Ahnung, Digga. Es ist echt so. Also Digga, was ist dein Mathelehrer? Ach Digga, Justin, hast du Abitur? Ey, das ist eine gute Idee. Was? Das ist eine gute Idee, sich dazu was stecken. Aber ich wüsste, ich würde nicht reinpassen. Und wenn du reinpasst, kommst du nicht mehr raus. Ja. Perfekt, Digga. Wenn deine Brays von der Schlägerei reden. Weiter geht, ich packe ihn, schweiß ihn richtig weg. Fink auf jeden Fall weiter weg. Hab dann einfach nichts mehr gemacht. Dann meinte dein Typ, er kommt so zu mir. Komm, komm zurück. Er kommt so zu mir, so. Kommt er richtig, so. Hä, was für lauf? Er kommt so. Und ich mach so. Digga, einfach, einfach Krapi und Apulet erzählen, wie sie Leute zusammengeschlafen haben. Grüße getraust. Was ist das hier? Einer schreibt, mach bitte lauter. Ich will mit der raus. Meine Mutter, okay, wir machen lauter. Es reicht mir's. Du bist so oft damit durchgekommen. Jetzt werde ich meine ganze Kraft entfalten. Hey, ist das dumm, Junge? Ist das dumm, Alter? Ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß gar nichts mehr und ich hab so Schiss. Perfekt, Bro, perfekt. Weißt du, was Kuro gemacht ist? Saturday Nacht wie ein Schlagbohrer. Was sagst du? Saturday Nacht wie ein Schlagbohrer. Oh, Bruder. Weißt du, was Koki Moki ist? Fragt Monte gerade seinen zwölfjährigen Cousin. Kurz. Ja. Das, was du machst, ne? Was du in der Schupe machst. Und er sieht genau so aus. Kennst du Monte? Ja, von YouTube. Echt jetzt? Ja. Aber auch von Twitch? Nee. Okay. Hey, Bro, Ilhan, da gab's doch mal irgendwie so Dings. Auf YouTube, Digga. Irgendjemand hat doch mal so komischen Dings benutzt. Wie hieß es nochmal? Das ging irgendwie so. Ja, ja, ja. Ach, Digga. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Von Monte? Achso, nein. Moin, 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 moin Ich hasse Jägermeister Ey, das ist sogar der, den ich geäxt hab, 1,7 Liter, Alter Jägermeister Kennst du Hector Panza? Ne Was? Sandra, okay Nach dem deutschen Misch, ich zeig dir gleich, wer ein krasserer Säufer ist als du Ich schwöre, Sandra, auf alles, es gibt einen krasseren Säufer als du Ich schwöre es dir Wenn du keine Gefühle hast Luca Wachtermann Der wird euch gefallen Dann seid ihr bereit Digga DJ Carlos Oh mein Gott Ganz wild, Digga, komm, ein Part geht noch Aber Sandra, ich muss ganz ehrlich sagen, nicht lachen hast du gut verstanden Hast du gut hinbekommen? Ja? Nein Deutsche Memes Julog.exe Let's go Alles klar Was das immer für ein dummes Intro, Alter Auch seltsam, oder? Fosen sind rot, bevor ich komme So ein Tiger wiegt doch locker eine Tonne Ey, so komisch meine Nacken, ne? Sagen die einfach heute morgen zu mir Ey, du und deine Frau, ihr wart gestern Abend zu laut Da dachte ich mir, hä? Ich war doch gestern gar nicht zu Hause Mäde, 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 ein Bruder ist gefallen Ich muss mich erst mal setzen Sandra, nachdem sie 7 Bier getrunken hat Was? So Und Aufsiller Hoho Es ist echt so Ey, man schafft das nie Ja Man schafft das nie das einzustecken Man kriegt das nie hin einfach What the Oh mein Gott Was? What the fuck, Digga Was? Alter Bro, einfach für nen TikTok einfach mal die Wand zerbrochen Relatable, Bro Wenn du Hohni im Kopf hast Ich darf nicht mehr lachen, ich hab schon wieder ne Abmahnung bekommen Nicht von Karl S, ist egal von wem Ich sag einfach nichts mehr dazu Ich hab sie nicht von Karl S bekommen Ich habe von Karl S keine Abmahnung bekommen Ich will das noch mal kurz klarstellen Egal K Mein Vater heißt Klaus Oh mein Gott Wie siehst du denn aus? Jo Digga, was grab ich hab mal ne Frage an dich Wie heißt denn das Lied was suchen Daisy and another Welches Lied ist das? Weiß ich nicht Hör mal genau hin Kennt du das? Ne Ah ja, das war ich sogar Das ist die andere Woche Perfekt Oh nein, Bibi Ach nein Siehst du wieder dein Emote Oma? Alle spam dein Emote Warum gibt's noch kein Emote von mir? Weil du irrelevant bist Hahahaha Bro, Alter Einmal kurz komplett hopst Imagine Digga, du nimmst dein Cousin einfach hopst Digga Brut Ja Ganz klasse Casino am spielen Und da soll man sagen Knossi hat keinen Einfluss auf die Jungen Guck's dir an Digga Alle Alle sind sie dran Zahlt man dafür Geld? Ob man Ob man für Casino Geld zahlt, Sandra Ja Ja Ich find wir müssen uns irgendwie ein bisschen besser kennenlernen Lass uns Fragen stellen, okay? Ja, okay Alles klar Was ist zum Beispiel dein Lieblingsessen? Schwierig Pizza Ja, Pizza Pizza würde ich sagen Ja, Pizza ist nice auf jeden Fall Okay Jetzt bist du dran Bist du froh? Berechtete Frage, oder? Wicke Geschwein, ey War das ein Ja? Oh servus Servus moin Was ist das? Ich geh durch Amina Koin Ah Bro Bro, Alter Ah Also Ein Schild fest Wir brauchen den hier Ist so, ist so Und Rewi ist einer davon Und Rewi ist einer davon Jedes Mal muss ich ihn überreden zum Trinken Und ich hasse es Bro, ich schwör das ist wirklich einfach nur Dreist, dass du versuchst deinen Alkoholismus einfach auf mich zu übertragen Das geht nicht Ja, das ist einfach Ich teile gerne Und da wollte ich euch einfach nur ins Herz legen Guckt nicht hier auf YouTube irgendwelche Videos drum Bro, solche Videos gucken hast du dir ein Lambo geholt oder was auch immer da fährst Geht mal das Handy auch zur Seite oder nehmts halt auch mit Und geht mal raus Tut was für eure Bildung Also Leute, Handy weg und raus gehen Aaaaaaaaahhhh Oh War me hardly Rosen sind rot Ich zahle mit Papiers Was ist das für Einspieler? Hier ist Montana Black! White Montana, Digga. Bin 26 Jahre alt, am liebsten höre ich Klassik, bin da aber nicht so hässlich. Rosen sind rot, was ist das für ein Keck? Big Mac by me, weg. Perfekt. Nö. Du? Nö. Immer. Immer. Ey Jungs, sollen wir rausgehen? Halt die Wock. Kein lest! An Talia, wenn ich was frage. Wie heißt du? Junge, ihr guckt doch aufs Handy, antwortet mir einfach. Schaut doch drauf! Willst du Tanzerbott küssen? Nö. Okay. Okay. Ist so, ist so. Es ist echt so, es ist echt so. Das ist aber nicht... Was ist denn das hier in diesem Video immer? Ja, ich weiß nicht. Jägermeister! Ah, der ist mir wieder! Okay, Sandra, pass auf. Äh, wir werden...